Lieber Herr Hossam, lieber Oberbürgermeister, Herr Ruhm-Düchter, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Bewohner des Lebensguts hier in Pomprenz. Ich habe das von Anfang an aus anderen Gründen miterlebt. Es war nämlich gar nicht so einfach, überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen, in Sachsen an einem bestimmten Ort, an dem man experimentieren konnte. Und zwar experimentieren über alternative Lebensformen. Das war ja die ursprüngliche Idee. Und Bürokratien haben es nicht gern, wenn sie mit denen konfrontiert werden, die sie nicht kennen. Und dann versuchen sie, sie so zu verändern, dass sie sie kennen. Aber genau das wollten wir nicht. Also ich bin sehr froh, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Es war immer ein schwieriger Weg. Es waren viele Rückschläge. Herr Hossam und andere haben sie mehr oder weniger bewältigt, bis dann der weiße Wetter kam. Und nach langer Überlegung, wie ich mir das sehr gut vorstellen kann, und zunächst auch Zurückhaltung in Bezug auf die Beurteilung der Möglichkeiten, eben doch entschieden hat, sich in diesem Experiment zu engagieren. Und dafür gibt es hier sicher sehr, sehr viele Leute, die Ihnen dankbar sind. Ich habe Ihre Formulierung sehr nett, dass Sie ja überlegen müssen, was Sie mit dem Geld tun, dass Sie in Ihren Unternehmen arbeiten. Nun kann man natürlich dieses Geld auch in den Unternehmen investieren. Das kann bedeuten, dass die Unternehmen dann wachsen oder effizienter werden oder sich in anderen Bereichen ausdehnen. Aber Sie haben eine Alternative gewählt, von der ich glaube, dass es sich gelohnt hat, Sie zu wählen. Nämlich die Frage können wir nicht mal herausfinden, was wir im Rahmen unserer westlichen Kultur anders machen können, ohne unsere wirtschaftliche Grundlage zu bewähren. Denn es macht ja auch keinen Sinn, Experimente einzuladen, die zunächst sehr gut klingen, aber die an die Basis dessen, was jede Gesellschaft braucht. Auch wenn man nur ein Grundeinkommen rechnen will, muss das Grundeinkommen geleistet werden. Das heißt, es müssen Leistungen erbracht werden, die auch solche Bedürfnisse im Blick haben. Das Gemeinwohl wird hier als richtiger Rechtsschnur gesehen. Ich möchte nur, ohne dass ich das jetzt vertiefen oder Herrn Felber vorgreifen will, darauf hinweisen, dass das Gemeinwohl ja auch in der geltenden Rechtsordnung nicht völlig unbekannt ist. Die wichtigste Bindung ist in unserer Verfassung. Und zwar ist das auch nichts Neues, sondern bereits die Weimarer Reichsverfassung, also die Verfassung, die 1919 in Weimar beraten und beschlossen wurde, hält fast mit derselben Formulierung die Bindung an das Gemeinwohl für unverzichtbar. Und zwar, und das ist sehr wichtig, beim Eigentum. Nach der deutschen Verfassung ist der Eigentümer zwar nicht verpflichtet, aber aufgefordert, sein Eigentum so zu nutzen, dass es auch dem Allgemeinwohl dient. Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt völlig von dem, was um das Eigentum sich auch als Rechenwerk, als Bewertungsgrundlage oder sowas entwickelt hat, trennen muss. Aber dieser Grundsatz, der in Artikel 14 Grundgesetz steht, hat allgemeine Bedeutung. Also es geht nicht nur für das Eigentum, sondern nach meiner festen Überzeugung, nach juristischen Überzeugung, ist das ein genereller Grundsatz. Das ist mir zum Beispiel bei einem Pilotenstreik aufgefallen. Die Wahrnehmung der Tarifautonomie ist ja auch ein Recht. Und dieses Recht ist auch an das Allgemeinwohl gebunden. Und es ist sehr interessant, dass jetzt ein deutsches Gericht gesagt hat, nein, so geht es nicht. Ihr dürft das Recht nicht so weit ausdehnen, dass es mit dem Allgemeinwohl, Allgemeinwohl bezieht uns alle ein, im Allgemeinwohl in unmittelbaren Widerspruch kommt. Was wir, was Sie machen, und was ich auch, in den letzten 40, 45 Jahren gemacht habe, also als ich junger Professor war, angefangen habe, eigentlich schon vorher, ist nach einer Ordnungsvorstellung zu suchen, die allgemeinwohl, nicht nur allgemeinwohl verträglich ist, sondern allgemeinwohl fördernd ist, ohne die Fähigkeit einer Gesellschaft an der nationalen und internationalen Arbeitsteilung teilzunehmen, zu gefährden. Denn es macht keinen Sinn, die Ordnung so zu denken, dass sie gewissermaßen in sich geschlossen ist. Auf dieser Welt gibt es das nicht. Und vor allen Dingen gibt es das nicht mehr. Was Sie jetzt erleben im Zusammenhang mit dem Flüchtlingseinbruch, ist ja wie ein Wassereinbruch, wie ein enormer Einbruch in ein kulturelles Umfeld, das auf diesen Einbruch überhaupt nicht vorbereitet ist. Und aus diesem Einbruch, nicht nur anderer Kulturen, sondern anderer Lebensweisen, anderer Vorstellungen vom Menschsein, anderer Vorstellungen vom Beauftrag haben und, ganz wichtig, anderer Vorstellungen von Gott und der Religion. Wenn das in eine hochentwickelte Industriegesellschaft und sehr stark säkularisierte Gesellschaft einbricht, gibt es Konflikte. Und es kann sehr gut sein, dass wir, dass Sie und ich rechne mich da dazu, bei der Suche nach allgemeinwohl gemeinwohlorientierten Antworten im Prozess der Stellung der richtigen Fragen auch solche Entwicklungen einbeziehen und feststellen, wie man hier zu einer, von einer Konvergenz zu einem Zusammenwirken kommen kann. Ich glaube, was am Anfang steht, immer bei einem solchen Prozess, und wir befinden uns hier in einem, ich würde mal sagen, zeitgeschichtlichen Prozess, der also keineswegs in kurzer Zeit zu Ende ist, sondern wahrscheinlich unserer aller Leben begleiten wird und das der Kinder und Enkel außerdem. Wir haben zwölf Enkel und alle von ihnen sind in einem Alter, dass sie wahrscheinlich das Ende des 21. Jahrhunderts in einem Alter sind. Also, und das ist ein Zeitraum, der uns interessiert, wenn man ihnen auch nicht mit Prognosen zustellen soll, aber man muss ihn offen genug halten, um bereit und in der Lage sein, neue Antworten auf neue Fragen zu geben. Und was hier geschieht, ist, neue Fragen zu stellen und neue Antworten zu suchen. Und das finde ich großartig. Ganz klar, ich will Ihnen was da rauskommen. Und eins möchte ich Ihnen zum Schluss sagen, man darf sich dabei nicht verdrießen lassen oder einschüchtern lassen durch das Gebirge von Besitzstärmen, das die Gesellschaft heute darstellt. Und hier wird eins passieren, jeder wird ein anderes Gemeinwohl haben. Es geht ja nicht darum, dass alle von vornherein sagen, ja, das ist das Allgemeinwohl, wir alle sehen das genauso. Sondern jeder Besitzstand hat sein eigenes Gemeinwohlkonzept. Und dieses Gemeinwohlkonzept schließt immer das Interesse des jeweiligen Besitzstandes ein. Und eine ganz schwierige, aber unverzichtbare Aufgabe ist, diese Besitzstände zu relativieren. Das heißt also, in ihrer Doktrinärheit oder ideologischen Bezogenheit zu entlarven, würden die Linken sagen, ich sag's auch. Also ihn selbst deutlich zu machen, im argumentativen Sinne, dass sie Positionen vertreten, die man weder rational noch wertorientiert begründen kann und dass sie deshalb sich nur durch Besitzstands Wahrung begründen lassen. Diese Denkweise, da will ich gerne, ich werde auch selbst noch eine ganze Menge dazu schreiben. Das erste Mal, als ich mich damit befasst habe, war in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Im Ausgangspunkt war die sich zur ideologieverdichtenden Überzeugung, dass eine Demokratie ohne ständiges wirtschaftswachstumlich funktionieren. Und das ist bis heute herrschende Auffassung in der westlichen Welt. Diese herrschende Auffassung in der westlichen Welt bedeutet aber, wenn das Wachstum ressourcenverzehrenden Charakter hat, dass die westlichen Demokratien nur funktionieren, wenn sie die Ressourcen dieser Welt in absehbarer Zeit verbraucht haben. Und das kann nicht richtig sein. Also es ist auch unlogisch. Ich nenne das Alter, dieses Zeitalter deshalb, nenne ich, darum will ich jetzt auch mal schweigen, das exponentielle Zeitalter. Denn alle diese Funktionen verlaufen ab exponentiellen Kurven. Bevölkerungswachstum, Wachstum der Wirtschaft und vieles, vieles andere. Es ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Denn exponentielle Verläufe sind nicht gleich genutzt. Das heißt, früher oder später brechen sie zusammen. Und dieser Grundgedacht, der kann sich sehr gut versöhnen zu den Gedanken des Allgemeinwohls, aus dem sich Begrenzungen entwickeln können, die uns daran hindern, alles exponentiell zu sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.